Und, joa, wir wollen uns natürlich hier auch auf dem Weg ein bisschen umgucken. Wiesen gucken, was es hier so zu gucken gibt. Und gucken, ob keiner um die Ecke guckt. Wolfi, wie sieht's aus? Magst du mir mal da den, äh, den Bockdash empfangen? Guck mal, der beobachtet mich. Der guckt mich böse an. Wolfi. So, danke. Rausholen. Hat er ihn erstmal schön über die Klippe geschubst. Was ist denn mit dir? Ach, du fandest mein Spoppenpfeil interessant. Hier, für dich hab ich auch noch einen. Und was ist mit dir, Hampelmann, da hinten? Brauchst du auch noch einen? Na komm, das kriegen wir schnell mal hin. Bäm, weg bist du. So, Freundchen. Finger weg von dem Mädel. Klar, sonst gibt's Hackenfutter? Nee, Backenfutter. Geht's ihnen gut? Hallo? So, hallo. Wir starten heute wieder zurück zu Zelda Breath of the Wild. Mit diesem schönen Sonnenuntergang vor der schönen Stadt Hatino. Äh, ja, und wer bist du? Wer da? Ein Eindringling? Um diese Zeit? Nein, ich bin nur ein Reisender. Ich bin ganz lieb und harmlos. Hm, stimmt schon. Du siehst aus wie ein ganz normaler Hyalur. Äh, äh, unter den Hyaluren gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Ach, schon gut. Die ist verziehen. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also, wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen, finde ich. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Oh ja, danke für die Info. Äh, aber ganz ehrlich, ich wollte eigentlich als erstes da oben zu dem, äh, Schrein hin. Äh, aber wartet mal. Wir gucken uns jetzt erstmal das gute Hateno genauer an. Also, hier sollten wir wohl den Krämerladen haben. Da können wir sonstiges einkaufen. Da haben wir auch noch einen Schmied. Da gibt's Rüstung. Und da hinten soll irgendwo das Gasthaus sein. Mein Ziel in diesem Ort ist aber eigentlich eher... Ui, Entschuldigung. Das hübsche Häuschen da hinten, das will ich mir nämlich bei Zeiten denn mal unter den Nagel reißen. Denn das wird denn sozusagen unser Zuhause. Aber als erstes wollen wir uns jetzt mit dem guten Schrein hier beschäftigen. So, und wir gehen mal rein. So, wir sind in dem guten Miyamaganas-Schrein. Wartet mal, welcher Schrein ist das? Ähm, nein. Nein, nein, nicht der. Nicht der. Oh nö. Ich hasse diesen Schreien. Das kann sich, bis ich das hier jetzt bewältigt habe, nur um Stunden handeln. Nur damit ihr das wisst. So. Wir gehen hier rein und zwar müssen wir diese Kugel durch dieses Labyrinth bewegen. So den runterrollen und zack und hopp. Und wie ihr schon seht, an einigen stellen, ist es an den Seiten offen, wo die Kugel dann runterfallen kann und ich muss jetzt ausbalancieren, dass sie nicht versehentlich irgendwo runterfällt. Ja, 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 ey. Falsch, falsche Richtung. Och, Mann. Louis. Ganz ruhig, ganz ruhig. Kupa, vorsichtig. Nein, nein, nein. Ah, ah. Ei, ei, ei. Oh, 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 oh. Wir sind schon ganz schön weit. Vorsichtig, vorsichtig. Schaffen wir das? Ja, 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 ja. Nicht runter, nicht runter. Oh, 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 oh. Eben, jetzt weiter. Vorsichtig, vorsichtig. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht... Ja, 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 ja. Komm, roll, 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 roll. Ja, wie ihr schon gesehen habt, da hinten steht auch noch eine Kiste drin. Roll weiter, roll weiter, roll weiter. Runter, 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 runter. Los, gib Gas. Und hopp. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Oh, Mann. So, kommt. Noch ein Versuch. Ey, das muss doch diesmal hinhauen. Ich hoffe, ich glaube, ich habe jetzt den... Ich müsste doch jetzt den Dreh raushaben. Ich hoffe es, ich glaube es. Äh, I, U, U, A. Okay, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Geh da rum, geh da rum. Und, brave Kugel, brave Kugel. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Langsam, langsam, ganz langsam. Wir machen hier alles ganz, ganz vorsichtig. So. Ja. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nein, 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 nein. Ja. Ja, wuh. Wuh, 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 wuh. So, diesmal lassen wir es, die Kugel, gleich ein bisschen länger rollen, bis weiter am Rand, bevor wir ihr den, wups, den Kick geben. Äh, ich hoffe, dann klappt das. So, komm, 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 und hopp, 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 ja. Ha, geht noch. Endlich. Puh. So, ähm, ach nee, ich wollte das Ding da ja noch runterstellen, weil ich wollte da ja noch mal reinlaufen und mir die, äh, gute, gute, gute Kugel holen. So, ähm, ja, da ist jetzt schon mal die Tür offen, darum kümmern wir uns gleich. Wir gleiten hier jetzt erstmal runter. So, komm. Hallo, Kugel. Brav, dass du da reingeflogen bist. So, ich muss aber noch mal kurz in dein komisches Labyrinth da rein. Und mir da noch was ergattern. So, ich glaube, ich müsste darüber kommen. Ui, ui, war ein bisschen knapp, aber es hat geklappt. So. Ähm. Was haben wir denn hier in der guten Kiste? Oh, ein Pugen. Der Stärke 10. Eh, meine Tasche ist voll, also muss ich da mal wieder reingucken und ausleeren. Dann habe ich denn, warte mal, wie stark war der Bogen nochmal? 10. Genau. Genau. Merken, Gedächtnis, Cooper Gedächtnis. Ach ja, ich weiß, ich bin immer so ein bisschen tüdelig in der Birne. Aber wir kriegen das schon hin. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben zwei Bögen der Stärke 5. Na ja, können wir einen auf jeden Fall von wegwerfen, weil 10 ist definitiv höher als 5. Habe ich früher mal gelernt im Matheunterricht? Ja, ja. Ist, 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 ist so. Gut. Ähm, ja, denn kommen wir hier hoch? Ne, shit. Ich dachte, ich könnte vielleicht von hier aus dann da oben rauf und dann da rüber springen. Aber das klappt leider nicht. Äh, dann gucke ich mal, ob ich von hier irgendwie Anlauf nehmen kann. Und nach vorne springen kann. Ups, ja, nach vorne springen kann ich. Aber wieso ziehe ich jetzt meinen Dolch? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Link. Ich versuche doch nur doppelt zu springen, damit ich... Ah, jetzt bin ich da gegen die Wand geflogen. Ich will mich von hier oben abspringen und dann da rüber gleiten. Mal sehen, ob das klappt. Äh. Autsch. Nein, das hat's nicht. Ah. Ja, super. Und ich lande wieder hier. Äh, soll ich das Risiko nochmal eingehen? Ne, ich hab ne andere Idee. Vielleicht klappt das ja. Wir gehen hier jetzt mal nach ganz, ganz oben. Und dann könnte das vielleicht funktionieren, wenn ich von hier in der Ecke darüber zur Kugel gleite. Das könnte weit genug unten sein, dass das was wird. Und... Oh, oh. Wird das was? Wird das was? Wird das was? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, damit haben wir denn diesen Schrein auch geschafft. Denn, was ja eigentlich mein Plan noch für heute war, wie ich euch ja angekündigt habe, ne, möchten wir ja gerne noch den, äh, den, 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 äh, ich hab schon wieder Wortfindungsprobleme. Ja, genau, den Turm, äh, ergattern, damit wir die Karte freischalten. So. Wir haben wieder ein Zeichen der Bewährung. Damit haben wir fünf Stück. Wir sollten vielleicht nach Kakariko demnächst nochmal zurück. Und, und, äh, neue Herzcontainer. Erbitten. Ne, also, von daher. Aber erstmal, bevor wir das machen, will ich nochmal versuchen. Äh, oder gehe ich erstmal zum Zielpunkt? Ne, ne, ich will erstmal noch die Karte hier freischalten. Das heißt, wir gehen noch, wir verlassen Athenung nochmal und, äh, begeben uns Richtung, äh, des Turms. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das mach. Komm, wir gehen hier erstmal da vorne zur Fahne auf den Hügel und gucken uns das Gebiet hier mal genauer an, um uns eine gute Route hier zu überlegen. Denn eigentlich wollte ich nach Möglichkeit so wenig wie möglich kämpfen. Das heißt, wenn ich mich jetzt in der Nacht auf den Weg mach, könnte das auch eine gute Chance sein. Ja, es gibt da diese Skelettmonster. Aber die sind relativ einfach zu besiegen. Äh, und von daher, die anderen Mobs sollten eigentlich bei Nacht meistens schlafen. Wenn ich mich leise genug verhalte, sollte ich's da vorbeischaffen. Da hinten seht ihr schon, da ist noch so ein Moblager. Äh, das versuche ich nach Möglichkeit natürlich zu umgehen. Ähm, joa, ich würd sagen, ich mach hier mal kurz einen kleinen Schnelldurchlauf und wir sehen uns dann wieder, wenn ich hoch zum Turm geh. Bis gleich! Alter, Leute, was ist das denn hier für ein komisches Geräusch? Hört ihr das? Ich hab's schon gesehen. Da war irgendwie so ein schneichender Rüsselfreak. Äh, den wollen wir aber gar nicht aufwecken. Wir gehen hier mal ganz vorsichtig weiter. Und hoffen mal, dass wir hier nicht auf weitere komische Viecher. Es wird, glaub ich, grad schon wieder Tag, ne? Oh! Ähm, hallo, was bist du für einer? Du grunst gerne schön. Oh, das ist ein blauer. Ähm, Entschuldigung, aber ich habe keine Lust mit dir zu spielen. Hier, kriegst, kriegst einmal meinen Moppenfeil ab und dann sind wir auch schon fertig mit dir. Gut. So, äh, wir haben jetzt das Mopplager da ganz gut umgangen. Da oben habt ihr schon wieder so einen riesen Rüsselfiech gesehen. Äh, da hinten steht, oh, der schnüffelt auch in der Gegend rum. Ähm, ich gehe jetzt hier so rum hoch und versuche dann nämlich mal zu diesem, äh, Turm da oben zu kommen. Ähm, ich hoffe, dass uns jetzt aber auch nicht zu viele von diesen Gegnern hier in den Weg gestellt werden. Äh, dass ich das jetzt alles ganz gut umgangen habe. Weil, herztechnisch bin ich noch nicht so gut ausgestattet. Ich glaub, die können mich immer noch ganz gut onehitten. Und, ja, das muss nicht so unbedingt sein, ne? Ach, nö, da hinten ist auch so ein großer. Von dem darf ich mich, glaub ich, auf Garantie nicht treffen lassen, weil sonst bin ich mit einem Hit weg. Aber egal, ich hab noch, ich glaub, ich hab noch genug Bombenfeile. Damit sollte ich die wegkriegen. Oh, so ein kleiner ist auch noch zu arbeiten. Dann sind die sogar schon zu zweit. Das könnte übel für mich werden. Ach, toll, der ist nicht angekommen. Wo wollt ihr hinlaufen? Ey, habt ihr etwa Schiss vor mir? Boom. So, der eine ist schon mal hin. Der andere? Was, du lebst immer noch? Das kann ja wohl nicht angehen. So, guck mal, ich hab da noch was für dich. Jetzt bist du aber weg. Hoffe ich doch, ja. Sieht gut aus. Ähm, so, dann wollen wir uns mal hier die, äh, die Monster-Teile noch einsammeln. Weil, wie ihr ja wisst, die brauchen wir gelegentlich mal, um unsere Rüstung aufbessern zu können. Bei der guten Fee. Es gibt im Spiel übrigens auch noch eine zweite Fee, ne? Die, äh, da kommen wir auch später mal drauf hin zurück. Die liegt auch gar nicht, äh, die liegt eigentlich bei einer Aufgabe, die wir erledigen müssen, um unser Häuschen, äh, später zu kriegen. Beziehungsweise, um Geld dafür zu kriegen, um das Häuschen zu kriegen. Ich weiß das grad nicht mehr so genau. So. Hier müssen wir einmal die Stacheln wegbrennen, weil ansonsten kommen wir nämlich diesen ganz lieben Turm hier gar nicht hoch. Das heißt, wir müssen mal kurz hier warten. Jetzt kommen wir nämlich noch gar nicht durch. Gucken wir uns an, wie das schöne Lagerfeuer alles hier da wegbrennt. Und jetzt haben wir hier auch einen Gang frei. Ups, ein Slimey. Weg mit dir, Slimey. So, das Gelee nehmen wir noch mit. Und dann kommen wir jetzt hoch. Der Hateno-Turm. Ähm, ja, den wollen wir nämlich jetzt erklimmen. Das könnte ein bisschen anstrengend werden, weil, wie ihr seht, man muss hier ganz schön weit klettern, bis es die ersten, äh, Punkte gibt, wo man sich ausruhen kann. Ähm. Und, äh, die Ausdauer ist ja leider noch nicht so hoch, die wir besitzen. Also, von daher, äh, müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Ui, 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 das wird knapp. Das wird knapp, glaube ich. Das wird knapp. Vielleicht hätte ich auch die Kledermütze aufsetzen sollen. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ich bin im roten Bereich. Äh, äh. Link. Kletter doch ein bisschen schneller. Was? Nein, nein, nein. Autsch. 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 Oh. Was? Ich bin nicht tot? Ich hab, oh, ich hab das mit einem halben Herz überlebt. Puh. Okay, gut. Ähm, ups. Wieso rutsche ich jetzt wieder runter? Ist das da zu steil? Oh ja, da muss ich ein bisschen klettern. So, äh, ich glaube, ich sollte jetzt erstmal was futtern. Ups, nee, das nicht. Ähm. Oh, ich hab hier sogar noch was, was Ausdauer wieder auffüllt. Äh, das heißt, im Notfall, es ist aber ein bisschen zu schade, weil das auch so viele Herzen wieder auffüllt. Ähm, das sollte ich jetzt auf jeden Fall nicht essen, weil das wäre Verschwendung. Jetzt ist meine Ausdauer wieder voll. Das heißt, ich werde ein paar Äpfel verknusen. So. Jetzt essen wir mal ein paar mehr vorne. Zack, 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 zack. So, und noch ein. Nee, das war schon ein. Bin wieder voll aufgeheilt. So. Dann werden wir den Weg jetzt nochmal in Angriff nehmen und mal gucken. Aber ich hab eben... Ich wollte eigentlich nach rechts springen. Ich weiß nicht, warum er nur gerade ausgesprungen ist. Ich meine, ich war mit der Kamera auch in der rechten Position. Aber, okay, okay. Es... Ich bin abgestürzt. Das ist so passiert, wie es passiert ist. Ich kann es jetzt nicht ändern. Äh, ob ich mich darüber aufregen kann oder nicht, ist so eine andere Sache. Wenn es mir wahrscheinlich jetzt noch zehnmal hintereinander passieren würde, dann würde ich mich wahrscheinlich aufregen. Bei einem Absturz muss ich jetzt nicht unbedingt an die Decke gehen. So. Jetzt aber Link. Ui, 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 ui. Soll ich essen? Soll ich essen oder schaffe ich das ganz knapp noch? Oh, verdammt. Eingriff. Oh, ja. Huh, das war knapp. Und ich hab's ohne springen und ohne Futter geschafft. Ha. Nur, ich glaube, das nächste Stück schaffe ich dann doch schon ein bisschen leichter. Zack. Kommt, wir werden jetzt erstmal da hochklettern. So, wir haben es gleich geschafft. Ein kleines Stückchen noch. Das sollten wir wohl mit Leichtigkeit noch erreichen. Und dann wählen wir. uns mal hier den Turm synchronisieren. Zack. Rein da. Ja. Und ich glaube, mir noch einen weiteren Herzcontainer zu holen, zu schneppern. Das werde ich in Kakariko denn einmal offscreen machen. Beim nächsten Mal will ich denn mit euch die Sternwarte oder wie das da heißt, von Hateno besuchen. Und ja, dann wollen wir in der Story weitermachen. Vielleicht auch noch den ein oder anderen Schrein. Aber Hauptsache für heute war jetzt erstmal, dass wir in diesem Gebiet hier auf jeden Fall die Karte erstmal freischalten. damit wir auch sehen, wo wir überhaupt hinlaufen. Äh, wenn wir hier was zu tun haben. So. Tudum. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, was diesmal freigeschaltet wird, wenn man das so nimmt. Und, ja. Hier gibt es auch einiges an Koks zu finden. Das werden wir wahrscheinlich die Tage dann auch nochmal machen. Äh. Aber jetzt so fürs Erste sollen wir erstmal damit zufrieden sein, dass das Gebiet freigeschaltet ist. Ne? Also. Ich verabschiede mich jedenfalls jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, unterstützt mich fleißig. Lasst eine positive Bewertung da. Daumen nach oben. Und natürlich schreibt mir auch was Nettes in die Kommentare. Gerne Hilfe, Tipps, etc. PP. Ihr wisst es. Nennen Gruß. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Vielleicht auch schon morgen zu meinem neuen Minecraft Video, was denn kommen wird. Äh. Ja. Ich sag denn mal. Au. Ja, abonnieren nicht. Vergessen und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Verstanden? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye.